Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er wird dabei für Hersteller und Handel eine ganz entscheidende Rolle spielen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, genau wie seine Vorgänger die Nummer 1 zu werden. In Deutschland und in ganz Europa. Mit einem überzeugenden Produkt allein ist es jedoch nicht getan. Wir erinnern uns. Die Werkstatttests der Fachpresse im vergangenen Jahr führten zu vernichtenden Urteilen. Wenige schwarze Schafe verursachten einen immensen Imageverlust. Davon betroffen sind alle Partner. Und das beschädigte Image fällt selbstverständlich auch auf die Marke zurück. Der Pressebeschuss hat wachgerüttelt. Inzwischen hat die Volkswagen AG mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. Unter anderem wurden die Mechaniker in den Partnerbetrieben zum Thema Servicequalität befragt. Ausgewertet wurden mehr als 10.000 Antworten. Ein Ergebnis. Fast die Hälfte der Befragten wünschten sich zusätzliche Werkstatttests. Dem Wunsch nach mehr Kontrollen wurde entsprochen. Die Anzahl der Phantomtests wird verdoppelt und auf die Partner der Gruppe Werkstätten ausgedehnt. Die kosten rund 6 Millionen Mark. Die bisherigen Ergebnisse sind allerdings ernüchternd. Die laufenden Phantomtests zeigen, dass sich die Arbeitsqualität insgesamt noch nicht verbessert hat. Unterstützung erhalten sie demnächst durch ein spezielles Coachingprogramm, das bei Volkswagen in Vorbereitung ist. Es bezieht sich auf den sogenannten Service-Erlebnisprozess von der Annahme bis zur Rückgabe. Für den neuen Golf erhalten die Kunden erstmals eine Service-Garantie. Damit manifestiert sich nach außen, dass wir Service und Kundenorientierung ernst nehmen. Und was wir im Folgenden einmal vorwegnehmen, gehört schon bald zum Alltagsgeschäft. Der neue Golf wird in die Werkstatt gebracht. Das Ziel der Golf-Service-Garantie. Dauerhafte Kundenzufriedenheit und Vertrauen gegenüber dem Service ihres Hauses. Aus vielen internen und externen Untersuchungen zum Thema Service ist bekannt, dass Kunden im Wesentlichen drei Hauptpunkte kritisieren. Arbeitsqualität, Termintreue und Preiswürdigkeit. Nach näherer Analyse zeigt sich, dass sich Grundbedürfnisse und Hauptkritik decken. Arbeitsqualität und Termintreue heißt für die Kunden, die korrekte Arbeit zur versprochenen Zeit. Preiswürdigkeit bedeutet, dass ihnen die Rechnung erklärt wird und sie die Preise nachvollziehen können. Fazit, die Kunden wollen und müssen sich auf uns verlassen können. Und sie wollen die verbriefte Gewissheit, dass ihnen geholfen wird, wenn einmal etwas schief geht. Und genau das beinhaltet die Service-Garantie für den neuen Golf, durch drei einfache Grundsätze. Erstens, jede Arbeit wird auftragsgemäß durchgeführt, sonst gratis nochmal. Der Inhalt dieser Garantie ist im Grunde nichts weiter als eine andere, etwas dramatischere und kundenorientierte Kommunikation der bestehenden Werkstattgarantie auf Arbeit und Teile. Auftragsgemäß durchgeführt bedeutet, fachmännische und einwandfreie Arbeit nach den Richtlinien des Herstellers, wie zum Beispiel die Durchführung von Inspektionen nach Arbeitsanweisung. Externe Konsequenz, eine höhere Kaufsicherheit bei den Kunden und eine Verbesserung der Loyalität. Interne Konsequenz, die Garantie führt zur Fehlervermeidung auf allen Ebenen. Zweitens, der Auftrag wird zum vereinbarten Termin erledigt, sonst gratis einen Ersatzwagen. Der Inhalt der Garantie zwingt zur Termindisziplin und bedeutet auch, dass eine verbindliche Terminzusage erst dann gegeben werden sollte, wenn Umfang der Arbeit und Teileverfügbarkeit feststehen. Wenn das VZ-Einteil zugesagt hat, es aber nicht zum versprochenen Termin ausliefert, dann zahlt das VZ bzw. der Vertriebersatzteil in Kassel den Ersatzwagen. Wenn sich die Mitarbeiter verplant haben oder ein betriebsinterner Organisationsfehler entstanden ist, trägt der Partner die Kosten. Externe Konsequenz, keine Verärgerung bei Terminüberschreitung. Interne Konsequenz, auch diese Garantie erzieht zur Fehlervermeidung auf allen Ebenen. Drittens, jeder Punkt der Rechnung wird auf Wunsch erklärt, sonst ist die Leistung gratis. Jeder Kunde hat ein Recht auf Rechnungserklärung. Idealerweise sollte dazu der Serviceberater zur Verfügung stehen. Ist er nicht erreichbar, sollte in jedem Fall ein Rückruf bei den Kunden erfolgen. Aber am besten ist es natürlich, wenn die Rechnung gleich nach erledigter Arbeit noch einmal gemeinsam durchgegangen wird. Externe Konsequenz, nachvollziehbare Leistungen werden von den Kunden eher als fair eingestuft und sie fühlen sich in jeder Hinsicht gut bedient. Interne Konsequenz, wer für die Rechnung Rede und Antwort stehen muss, der wird auch verantwortungsbewusst mit dem Geld der Kunden umgehen. Konsequent eingesetzt, wird die neue Golf Service Garantie einen wichtigen Impuls für ihr Servicegeschäft geben. Und weil die Kundenloyalität steigt, auch für ihr Neuwagengeschäft. Auftragsgemäße professionelle Arbeit mit dem Ziel, Wiederholreparaturen zu vermeiden, Einhaltung der zugesagten Termine und die Erklärung der Rechnung sind elementare Leistungen, die die Kundenzufriedenheit ganz entscheidend beeinflussen. Und das zeigt nicht zuletzt auch die Händler-Image-Analyse. Mit der HIA haben wir ein sehr präzises Instrument zur Messung der Kundenzufriedenheit. Der Kundenfragebogen zum Service-Image umfasst rund 80 Fragen. Für die positive Beeinflussung des Ergebnisses genügt es aber, sich bei einer Handvoll Fragen zu verbessern. Wenn man bei denen gut ist, dann beeinflusst das auch den Rest. Inwieweit kann nun die Umsetzung der Golf Service Garantie das Ergebnis der HIA beeinflussen? Die 80 abgefragten Serviceleistungen verteilen sich auf folgende Bereiche. Reparaturqualität, Preisgestaltung, Termingestaltung, Kundenbehandlung und Serviceangebot. Unter Reparaturqualität findet sich die Frage Auftragserledigung zur vollsten Zufriedenheit. Ein Bewertungskriterium, das dem ersten Grundsatz der Golf Service Garantie entspricht. Wenn bei dieser Frage nun eine Steigerung um zwei Punkte erreicht wird, dann werden auch alle weiteren Fragen von den Kunden weit positiver beantwortet. Das Ergebnis, das Image im Bereich Reparaturqualität steigt deutlich an. Unter Preisgestaltung findet sich die Frage Rechnung und durchgeführte Arbeiten erläutert. Sie entspricht dem zweiten Grundsatz der Golf Service Garantie. Bei einer Steigerung um zwei Punkte werden auch hier alle übrigen Fragen höher bewertet. Mit dem Ergebnis, das Image im Bereich Preisgestaltung verbessert sich maßgeblich. Unter Termingestaltung findet sich die Frage verlässliche Termineinhaltung, die schließlich dem dritten Grundsatz der Golf Service Garantie entspricht. Bei einer Erhöhung um zwei Punkte ergibt sich hier ebenfalls eine erhebliche Steigerung aller weiteren Fragen. Das Ergebnis, das Image im Bereich Termingestaltung wird deutlich höher eingestuft. Auch der Bereich Kundenbehandlung profitiert. Unter dem Eindruck der Verbesserungen bei den drei genannten Schlüsselfragen wird auch hier der gesamte Fragenkomplex deutlich positiver beantwortet. Das Gesamtergebnis, das Service-Image geht um drei Punkte nach oben und dieses Ergebnis ist allein zurückzuführen auf die Anhebung der drei zentralen Fragen. Und was käme dabei nun für die Partner unter dem Strich heraus? Der Anstieg um fast drei Punkte beim Service-Image geht mit einer Steigerung der Weiterempfehlung ihrer Werkstatt einher. Auch das zeigt die Händler-Image-Analyse. Das bedeutet, durch Mund-zu-Mund-Werbung haben sie die Chance, acht Prozent mehr Neukunden im Werkstattbereich zu erobern. Außerdem ergeben sich mehr Erlöse durch ihre Stammkunden, denn die Werkstattreue wird sich deutlich erhöhen. Hinzu kommt ein Mehrumsatz bei den Neuwagen, denn etwa vier Prozent Kunden mehr werden sich wieder einen Neuwagen in ihrem Betrieb kaufen. Ein finanzieller Zugewinn, der sich ohne jegliche Investition erreichen lässt und der für die Weiterentwicklung des Betriebes genutzt werden kann. Das Resultat? Die Wettbewerbsfähigkeit nimmt zu. In der neuen Golf-Service-Garantie steckt also weit mehr als auf den ersten Blick erkennbar. Übertragen Sie die Grundsätze auf Ihr gesamtes Servicegeschäft. Denn, wie gesagt, zufriedene Kunden lohnen sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017